Der Skarschwarm hat diese Höhlen befallen. Corvus verfolgt seit einer Weile den Anführer, einen Eskari, der sich Skilos nennt. Du musst dich durch den Schwarm kämpfen, Freelancer. Wäre nicht das erste Mal. Der Skarschwarm hat diese Höhlen. Der Skarschwarm hat diese Höhlen. Der Skarschwarm hat diese Höhlen. Sämtliche Alarne müssen zerstört werden. Ich lass sie einfach laufen. Einer weniger. Ich brauche nicht jedes Mal einen Statusberecht. Das war für Fake. Noch fünf Freelancer. Bis zum nächsten Mal. Es gibt noch mehr Alarme. Das war der letzte. Gute Arbeit. Er sieht freundlich aus. Tut er das? Nichts als Fleisch und Kartoffeln hinter diesem Schild. Servier ihn ab. Hau rein. Interessante Sprachbilder. Was? Ich habe Hunger. Können wir jetzt bitte nicht über das Essen reden? Oh. Ich empfange extrem hohe Energiewerte ganz in deiner Nähe. Skilos hat wohl das Gestalterkonstrukt gefunden. Das wurde bei einem Kataklysm vor hunderten von Jahren begraben. Skilos will bestimmt noch einen auslösen. Super. Ich liebe weltverändernde und möglicherweise beendende Komplikationen. Wir haben uns eingesperrt. Versuch die Energie neu zu starten. Mit den Treibstoffen müssen wir es klappen. Seht euch die ganzen Fässer an, die einfach so herumliegen. Die könnten Sie wenigstens ein bisschen organisieren. Ja, das machen Skalbar malerweise nicht. Versuch die Pumpe aufzufüllen, Freelancer. Versuch die Pumpe aufzufüllen. Versuch die Pumpe aufzufüllen. Das war's. Und es ist geöffnet. Das war's. 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 Das war's.